Seid gegrüßt. Es wird mir wieder Zeit für ein Diskussionsvideo, weil mir ein Trend aufgefallen ist, der aus meiner Sicht sehr schädlich sein kann fürs Spiel, wenn Blizzard da jetzt nicht ein bisschen aufpasst. Das ging in Season 4 los und es wurde aber jetzt jedes Season noch ein bisschen schlimmer. Es geht darum, dass Diablo 4 einfach immer komplexer wird und komplizierter und man gar keine Chance mehr hat, wenn man da einfach mal entspannt ein paar Stunden am Tag zockt, da überhaupt noch durchzusteigen, was da bei den Endgame Builds jetzt alles abgeht. Und wenn man dann ein Build nicht exakt nachbaut und an einer Stelle mal kurz was anderes macht, dann bricht auf einmal alles zusammen und der Schaden ist weg. Also das ist aktuell so ein bisschen der Stand der Dinge bei vielen Builds, nicht bei allen. Also es gibt auch immer noch andere Builds, die wirklich simpel sind, aber es ist schon so, dass die Tendenz immer mehr in diese Richtung geht und Blizzard auch wirklich noch aktiv in die Richtung steuert und das noch schlimmer macht, sag ich mal, beziehungsweise aus meiner Sicht schlimmer. Also vielleicht habt ihr auch eine andere Meinung. Gerne mal unter das Video schreiben. Es gibt Spiele wie PoE, die sind ultra kompliziert und da ist das aber nun mal so, dass die Leute das ja auch dort explizit wollen. Also die lassen sich da gerne drauf ein, die spielen das genau aus diesem Grund. Aber ein Diablo ist ja kein PoE, das ging eigentlich immer in eine andere Richtung. Das ist ja auch gut so, es muss ja nicht alles immer in dieselbe Richtung gehen. Bei Diablo war es schon so, dass man auch einfach mal den einen Skill, der heißt Nova und den skillt man und nimmt ein paar Sachen mit und dann macht er am Ende Schaden. Aber in Diablo 4 wird das langsam unmöglich, einfach mal so vor sich hin zu spielen, ein eigenes Bild zu bauen und dann im Endgame mit dem was zu reißen. Klar, für mich als YouTuber ist das ja toll, ich beschäftige mich viel mit dem Spiel und dann müssen Leute meine Guides schauen und so. Aber ich bin ja jetzt auch nicht die Zielgruppe von dem Spiel und ich muss sagen, ich kriege das ja eben mit durch die YouTube-Videos, dass da einfach immer mehr Leute nicht mehr mitkommen, die dann keine Zeit haben, jedes Video mit allen Mechaniken zu schauen, um da mal durchzublicken. Und ich möchte jetzt einmal kurz darauf eingehen mit ein paar Beispielen. Ich halte mich hier kurz, das ging für mich los in Season 4 mit Bestrafen. Das war so der erste Moment, wo sich wirklich das Feedback einfach gehäuft hat, wo auf einmal so ein Bild dann nicht mehr funktioniert hat, wenn man an einer Stelle was ändert. Und in Season 4 war das sogar noch besser mit dem Bestrafen, als es jetzt gerade ist. Also es ist ein Glückstreffer, Mechanik Nummer 1. Glückstreffer an sich ist übrigens auch schon eine absolut verrückte Mechanik in Diablo 4. Also ich glaube, die meisten wissen gar nicht genau, wie Glückstreffer funktioniert, weil das wirklich so unintuitiv auch ist. In dem Spiel selbst wird überhaupt gar nicht erklärt, wie Glückstreffer sich richtig zusammensetzt und berechnet. Also da musste ich damals auch, als das Spiel rauskam, erstmal lange forschen, um rauszufinden, wie das geht. Aber das ist halt nur der erste Satz, so Glückstreffer, okay. Und dann geht es weiter, Schaden gegen Verwundbare, also es geht nur gegen Verwundbare und dann rechnet sich da ein Schaden für Explosion zusammen. Der bezieht sich aber auf den Schadensbonus gegen Verwundbare Ziele. Und jetzt gerade aktuell ist es so, dass der Schaden, der berechnet sich nicht anhand der Fertigkeit, die du nutzt. Also du nutzt beispielsweise Tanz der Messer und willst natürlich, dass Tanz der Messer mehr Schaden macht. Aber das ist total egal für Bestrafen. Die werden komplett parallel berechnet, diese Explosion. Das heißt, wenn du ein Punkt oder fünf Punkte in Tanz der Messer machst, hat das gar keinen Effekt mehr auf die Explosion. Die werden komplett parallel berechnet. Und da musst du also dann irgendwie Aspekte finden, die dann wirklich auch diesen Schaden erhöhen von Bestrafen. Und deswegen ist das auch nicht mehr so wie in Season 4, wo du einfach den Herzsucherschaden pushen konntest und dann wurden auch die Explosionen besser. Nee, ist alles anders. Das war den Entwicklern anscheinend nichts. Die wollten es noch ein bisschen komplizierter machen und jetzt steigt da keiner mehr durch so richtig. Und wenn man dann auf so ein Bestrafenbild umsteigt, ist es oft so, dass der dann erstmal gar nicht mehr funktioniert. Weil man einfach nicht alles hat, was man braucht, um das hier zum Laufen zu bekommen. Weil das einfach so seltsam kompliziert ist. Und das ging dann weiter. In Season 5 kamen dann diese Blitzschwerbilds um die Ecke. Und die waren halt auch schon wieder so abgespaced. Ja, das ging mit dem Amulett los. Wirkt dir eine Kugel, besteht eine Chance, eine zufällige Beschwörung auszulösen. Dann aber wieder ein Glückstreffer, dass die Beschwörung eine Chance hat auf eine Kugel. Okay, dann hast du da oben die Zeile, dass die gefrorenen Kugeln dann auch die Abklingzeiten der Beschwörung reduzieren. Das geht ja noch. Und dann denkst du dir, okay, und jetzt hast du halt viele Blitzsperre und der Blitzsperr macht Schaden. Aber hier geht es wieder los. Der Blitzsperr selbst ist total egal für den Schaden. Du musst nicht den Blitzsperr auf Rang 5 packen. Und du brauchst auch keine Affixe mit Schaden für Blitzsperr oder Schaden für Beschwörungsfähigkeiten. Nein. Der gesamte Schaden kommt von einem Aspekt. Die Zahl in dem Aspekt ist rechts eingerahmt. Die basiert auf deinem Waffenschaden und hat überhaupt nichts mit Blitzsperr zu tun. Und die wird erhöht durch deinen Schadensbonus für kritische Treffer. Was auch eigentlich erstmal nichts mit Blitzsperren in dem Zusammenhang zu tun hat. Natürlich macht auch ein Blitzsperr kritische Treffer und würde dann mehr kritischen Trefferschaden erzielen. Aber der Aspekt basiert quasi eigentlich komplett. Das wird parallel berechnet. Hat nichts mit Blitzsperren sich zu tun. Blitzsperr löst das nur aus. Und auch das ist dann halt wieder einfach sehr schwierig zu checken alles. Und es gibt auch einfach alles für mich. Also von der Mechanik, vom Design ist das eigentlich auch für mich gar nicht so wirklich gutes Design. Dass ein Blitzsperrbild, dass du da nicht mal 5 Punkte in Blitzsperr packen musst. Ja, das ist irgendwie. Ne. Und jetzt geht das aber immer weiter in die Richtung. Ja, in Season 6. Also jetzt im Add-on. Ich meine, ich musste die Schriftgröße in dem Spiel kleiner machen, um das überhaupt hier drauf zu bekommen. Den Aspekt, der Name vom Unique hat nicht mehr mit drauf gepasst. Das ist so viel Text für einen Effekt unter einem Unique. Muss das sein? Muss das so viel sein? Das ist der Kepeleke-Stab. Und ihr wisst ja alle, die den gerade gespielt haben, wenn man dann an einer Stelle bei dem Bild irgendwas ändert, bricht alles zusammen. Und das liegt nun mal daran, dass hier so viele Mechaniken aktiv sind. Und hier hätte man auch ein bisschen was weglassen können. Wie zum Beispiel da diesen oberen Part, den ich bis jetzt noch nicht mal gerafft habe, wie genau der funktioniert. Und zwar, die sind jetzt kostenlos, die Basisfälligkeiten. Also die Kernfälligkeiten sind Basisfälligkeiten, sind kostenlos. Und jetzt verursachen sie aber je nach ihren Lebenskraftkosten um bis zu 30% verringerten Schaden. Ich weiß bis jetzt nicht genau, wie das überhaupt funktioniert. Okay, meine Fälligkeit kostet jetzt 30% Lebenskraft. Und wie viel verringerten Schaden mache ich jetzt? Mache ich jetzt 30% oder 15% oder also es ist halt nicht wirklich gut erklärt. Und jetzt geht es aber weiter. Und das ist jetzt das Hauptproblem für mich. Also einmal ist das Spiel natürlich in einem Weg, einem falschen Weg für mich. Es wird zu kompliziert. Aber es wird nicht nur für euch und für mich zu kompliziert. Und jetzt kommt das wirklich das Hauptproblem. Es wird für die Entwickler einfach zu kompliziert. Denn es ist nun mal so, dass immer und immer mehr Endgame-Builds auf Bugs basieren. Und ihr kennt ja sicherlich inzwischen alle die 12 Millionen Bugs beim Geistgeborenen. Deswegen habe ich heute mal ein anderes Beispiel rausgesucht. Und zwar Tanz der Messer. Denn dort wurde mir dann berichtet von einem Bild, wo du einfach Tanz der Messer zu einer Granatenfertigkeit machst. Und dann die ganzen Granatenaspekte anwendest. Und da habe ich mir aber erst mal gedacht, warte mal. Wie mache ich den Tanz der Messer zu einer Granatenfertigkeit? Eigentlich geht das gar nicht. Und da ist mir das dann aufgefallen. Wenn du den methodischen Tanz der Messer-Skillst, der links eingeblendet ist, das ist eine Skill-Erweiterung, da steht eigentlich nur folgendes dran. Und zwar Tanz der Messer lässt ab jetzt Blendgranaten fallen. Tanz der Messer ist nicht selbst eine Blendgranate, sondern Tanz der Messer lässt Blendgranaten fallen. Und Blendgranaten sind eine eigene Mechanik, die eigenen Schaden machen. Wenn du das aber skillst, dann steht dann danach bei Tanz der Messer auf einmal der Typ Granate und Blendgranate dran an Tanz der Messer. Und dann kannst du vier verschiedene Aspekte, die es im Spiel gibt, nutzen, die alle folgendes machen, rechts unten. Und das ist eine Zeile, die wirklich bei vier verschiedenen Aspekten vorkommt. Eure Blendgranaten verursachen bis zu 45% erhöhten Schaden, was sauviel ist. Und ihr könnt raten, was jetzt passiert. Natürlich steigt der Schaden von Tanz der Messer. Nicht der Schaden von den Blendgranaten, die da ausgelöst werden. Also der steigt sicherlich auch. Aber Tanz der Messer selbst steigt dadurch. Also auch hier basiert wieder alles auf einem Bug. Und als Spieler hast du gar keine Chance mehr, darauf selbst zu kommen. Denn du liest ja die Sachen einfach durch und denkst halt dann, dass das so funktioniert, wie es da steht. Aber am Ende musst du alles durchtesten, weil dann wieder irgendwelche Mechaniken im Hintergrund am Start sind, auf die man gar nicht mehr kommen kann. Und ich muss sagen, das regt mich inzwischen wirklich auf. Also einmal aus Sicht von jemandem, der Builds baut, regt mich das extrem auf. Aber auch aus der Sicht eines Spielers regt mich das extrem auf. Weil man immer das Gefühl hat, dass man gar keine Chance mehr hat, wenn man nicht die nächste verbuggte Mechanik bei irgendeinem YouTuber erfährt. Und wenn man die nicht nutzt, macht man nur deutlich weniger Schaden. Und es ist immer schlimmer geworden, denn ich habe bereits vor elf Monaten mich über Bugs beschwert. Ich habe echt gerade gestaunt, als ich das gesehen habe, dass das Video elf Monate alt ist. Und jede Season wird schlimmer. Die Entwickler steigen nicht mehr durch. Diese Bugs entstehen immer wieder, weil die Entwickler selbst, und das sehen wir jetzt bei dem Spiritborn, weil die eben selbst gar nicht mehr richtig verstehen, was die eigentlichen, also was die Knoten und so, was die eigentlich wirklich machen sollen, und das dann gar nicht mehr richtig umgesetzt bekommen in Quellcode. Deswegen entsteht dann überall nur noch Kauderwelsch. Und bei Spiritborn ist es gerade wirklich extrem schlimm. Da kommt jeden Tag irgendwie ein neuer Bug raus. Das ist total heftig. Und das ist eben der falsche Trend. Dann haltet das Spiel lieber ein bisschen simpler, aus meiner Sicht. Gerne euer Feedback teilen, wie ihr das seht. Aus meiner Sicht ist das einfach inzwischen an einem Punkt, wo es nicht mehr dann, also wo das Bildbauen irgendwie am Ende nicht mehr ganz so viel Spaß macht, vor allem eben durch diese ganzen fehlerhaften Sachen. Wenn wirklich alles so funktionieren würde, wie es zumindest da steht, dann wäre es noch okay, aber selbst dann müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht immer komplizierter werden, weil es irgendwann, ja, ich wiederhole mich jetzt, es wird irgendwann einfach gar nicht mehr durchsichtig. Und da kam gestern dann noch ein wunderbarer Beitrag auf Reddit. Also ich habe das Video jetzt schon, ich hatte schon vor fünf Tagen vor, das Video zu machen und gestern kam dann ein wunderbarer Beitrag und zwar das hier. Der hat gesagt, er kommt aus der Zukunft und hat euch mal kurz ein Screenshot mitgebracht von einem Item aus Diablo 4, wie es in der Zukunft aussieht. Ist leider auf Englisch, aber wenn man sich das mal von oben nach unten durchliest, ich musste da so lachen gestern, zum Beispiel Crit-Chance gegen Crouched Flying Enemies. Also ich glaube, gehockte, fliegende Gegner die ganze Zeit nur so eine total witzigen Sachen, aber eigentlich ist es genau die Realität. Also es wird immer seltsamer und seltsamer und seltsamer, was wir teilweise für Aspekte und so bekommen. Und ich fände es schön, wenn wir da vielleicht wieder einen Schritt zurückgehen und vielleicht doch mal wieder ein paar mehr simplere Builds auch bekommen, die auch jeder verstehen kann, ohne erstmal ein Studium ablegen zu müssen. Denn dafür können wir ja PoE spielen, wenn wir das unbedingt wollen. Und damit melde ich mich mal ab. Lasst mich wirklich gerne wissen, wie ihr das seht. Vielleicht bin ich da vollkommen auf der falschen Fährte gerade. Aber das war zumindest so mein Eindruck aktuell. Wir sehen uns. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Untertitelung des ZDF, 2020